Das Besondere an einer Pfanne aus Eisen ist, sie wird immer besser, je öfter man sie benutzt. Durch Hitze und Bratfett bildet sich ein Film auf der Oberfläche, ähnlich einer Beschichtung. Diese Patina sollte niemals mit Wasser oder Spülmittel abgewaschen oder abgekratzt werden. Besser die Pfanne nach dem Braten einfach nur auswischen. Zweieinhalb Kilo wiegt das rustikale Stück, das auch ohne Patina einsatzbereit ist. Das Besondere an der Pfanne nach dem Braten ist, die Pfanne nach dem Braten ist.